Wer auch hauptsächlich mitverantwortlich ist für diese ganze gesundheitliche Tyrannei, sind unsere Medien. Unsere Medien sind dafür verantwortlich, deswegen meine ganz klare Parole, die ich jetzt auch gleich mit euch zusammen singen möchte. Macht den Fernseher aus, macht den Fernseher aus, zieht den Stecker, schmeißt die Kiste aus dem Fenster raus. So ist besser. Und wenn ihr klatscht, dann sieht das noch besser aus für die Bilder, um die in die ganze Welt gehen heute. Medienpropaganda, du siehst den Hochbericht, du glaubst, was sie dir sagen, weil deine Welt ja so zockt, dass Covid nur ein Fake war. Das kannst du dir nicht vorstellen, man konnte doch im Bergamo die Leichen kaum noch zählen. Das Bild war die Maßnahmen angebracht so richtig und auch in der Lockdown in den Stationen und wichtig. Den Zwergen sind besorgt, wir werden alle sterben, wir brauchen den Demos, schon sonst werden wir nicht. Also mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. ARD, ZDF, Land 1 und RTL Ist für aufgewachte Menschen nicht mehr aktuell Du stehst weiter nach wie vor Hast für Stubbler gar kein Orde Das sind alles Spinner Können eingesperrt für immer Deswegen war die Maßnahmen angebracht und richtig Und auch jeder Lockdown In den Spazierenden Wichtig, jetzt werden sie besorgen Wir werden alle sterben Wir brauchen Dinge und schützen Wir werden es noch mehr So, jetzt alle zusammen Lasst uns den Text gemeinsam singen Ich geb's rein vor, ok? Mach den Fernseher aus Mach den Fernseher aus Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste Mach den Fernseher aus Mach den Fernseher aus Zieh den Stecker Locklaute Mach den Fernseher aus Zieh den Stecker Und jetzt esst deine Liga Mach den Fernseher aus Mach den Fernseher aus Mach den Fernseher aus Und alle Mach den Fernseher aus Mach den Fernseher aus Die den Stecker, schmeiß die Kiste aus Den Fernseher aus Mach den Fernseher aus Mach den Fernseher aus Die den Stecker, schmeiß die Kiste aus Den Fernseher aus Mach den Fernseher aus Danke schön!